hallo und herzlich willkommen ich habe eine burke gebaut die gucken wir uns mal direkt mal an einmal kurz für sammel burke baut und dann hier eben mal kurz rein muss mich genau gerade sonst kommt man nicht rein was hier schon relativ tief gebaut wurde schon die ersten gäste da ein paar zombies sollte auch noch sie sollte hier auf jeden fall in die baby sie sollte hier auf jeden fall auch noch mal reinsetzen oder klein die habe ich gerade noch nicht gemacht ist die erste etage immer auch so ein bisschen reingelaufen sogar noch fahren denn hier auch so alt was machen der fahrende händler gerade hier also verpiss dich dann gibt es hier natürlich könnt ihr noch eine etage höher gehen dann seid ihr oben auch schon und könnt ihr so ein bisschen runter gucken und den fahrenden händler angucken wenn er gerade irgendwo rumgammelt oder so und das ist gerade die burg kommen jetzt natürlich noch ein bisschen was hin aber es dauert natürlich alles noch ein bisschen also es ist jetzt das ist gerade ein bau aber ich könnte jetzt zum beispiel noch baby sie können hier zum beispiel auch noch hin machen los mache ich noch mal eben kurz ne klein sie hatte ich den genannt klein sie ich glaube klein sie sollte auf jeden fall noch rumlaufen so ein kleiner zombie aber da ist natürlich den zu bekommen mal gucken mal schauen vielleicht da ziehen da noch ein ansonsten war es erstmal im grummen und ganzen mit meiner burg die ich auf meinem community server gebaut habe wenn ihr gerne mitspielen wollt könnt ihr euch gerne bei mir melden und sagen hey ich möchte auf jeden fall gerne mit minecraft spielen dann werde ich euch auf jeden fall auch gerne mit einladen und natürlich wenn ich euch kenne und dann könnt ihr auch gerne mit minecraft spielen natürlich niemand anderen abpacken und weiter dann sollte es auf jeden fall alles recht gut auch funktionieren und nicht unbedingt meine burg suchen die ich irgendwo gebaut habt aber ihr wisst ja nicht wo sie gebaut ist wenn der grad was und mir ist nicht überliebt schade okay gut dann wünsche ich euch auf jeden fall noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal auf sagt ihr auch schon derg gewolle tschüss